Der Raum expandierte Der Wind fuhr in die Kammern allein, stand ich herum, nicht ahnend, noch niemals ein Wort mit dir gewechselt, doch dieser Blick ins Auge, das kurze Irisstreifen der Lieder, mit dem die Pupille Satelliten versandte und alles Bedeutungsvolle über dich und uns, wussten wir, füllte den Raum. Untertitelung des ZDF, 2020